Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal und es geht direkt weiter. So. Bist du bereit? Ja. Pass auf, ich habe einen richtig geilen Schlachtplan, Darko. Ich bleibe hier und du gehst rein. Nur mit deinem Engelsschild ist es schön erst mal... Ach man. Warum Engelsschild, hä? Hä? Das sieht echt wie ein Engelsschild aus. Naja, für mich sieht es aus wie eine Drachenschuppen halt. Von einer Seeschlange mit einer Perle in der Mitte. Na, ich meine diese Tropfenform. Oh, 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 Scheiße. Der hat mich noch gehittet. Achtung! Achtung, Speer-Tipsy. Wow. Schild auswählen. Ich wollte eigentlich von hinten mit dem Bogen wieder schießen. Ich kann nicht mal so weit schauen. Warte, warte, da ist... Der hat uns gehört, der Schamane. Scheiße, vorbei. Ja, man muss auch treffen. Achtung, der macht irgendwas. Ja, der zaubert das. Achtung, da kommt ein... Ja. Feuerfunzi. Achtung, da kommt ein Feuerball. Geil. Boah, der macht immer Damage. So. Der ist weg. Achtung, Eis. Nein, das dauert. So. Bobolt-Trophäe eingesammelt. Ist nur so ein Kopf, oder? Ja. Ja, ne, die ist das nicht, die wir brauchen. Ach, dann kommen die nächsten zwei. Oh, der ist down. Hm. Ja, solange ich noch Ausdauer habe, kann ich blocken bei denen. Da ist ein Stern hier. Feuertyp ist weg. Einer ist weg. Ja, Sternetyp, sie braucht noch ein bisschen. Nö. Ja, zu zweit nicht. Durfte tatsächlich keiner mehr sein, ich hör keinen mehr lachen. Au. Ist wieder keine Trophäe vorhanden. Ey, ernsthaft? Pack mal alles in die andere Kiste hier bitte an. Dann haben wir alles zu drauf. Du bist so ernsthaft, dass wir das Zeug irgendwann nochmal holen? Vielleicht, wenn man ein Schwarzmetall wieder braucht für irgendwas. Naja, das ist halt das Problem. Wenn der Boss zu Ende ist, ist halt nur noch wirklich die Seeschlange und... ... bisschen rumtesten und halt... ... ähm... ... der Süden. Und eventuell der Norden, wenn du den unbedingt noch kennenlernen willst. Aber da hatte ich dir schon erzählt, was los ist. Hm. ... Moskito. Dorf oder Einzelne? Was Dorf. Was Dorf. Komm weiter. Ich hab nur das gelächert gehört. In solchen... Ich hab auch nichts gehört. In solchen Dörfern und in... ... ähm... ... ja, solchen Steinbauten von denen. Gibt's die immer. Vielleicht hab ich jetzt tatsächlich Gebautkits gehört. Ist das genau? Oh... ... Dunkelwald! Ich gucke mal ganz kurz hier unten am Ufer... ... ob da eventuell noch so ein Stein gebautes ist. Äh, ne hier kommt nix. Das ist alles nur... Sumpf. Wo ist jetzt? Ein bisschen was kann man hier noch aufdecken. Ich weiß ja auch nicht, ob der Weg von dem Yaklu zum See, ob ich da irgendwas gesehen und üblich gelassen hatte. Ich weiß ja, dass bei dieser Insel, auf der wir gerade sind, im Süden noch ein Stück Ebene ist und dort war noch ein Dorf. Sonst müssen wir jetzt doch nur dort hin. Jetzt reicht es doch nur ein Stein. Ja, links. Das sind nur ein Stein, ne? Also... Ja. 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 Aufein. Ja. 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 Ja, ich war jetzt noch, naja. Ja. Ja, jetzt sind wir gleich wieder bei Yagrut angekommen. Du fühlst dich nicht länger aus, Grut. So eine Sauerei. Ich überlege gerade, hatten wir bei uns in der Ebene, wo ich die Außenbase gebaut hatte, noch was? Hier bin ich jetzt... Hier geht es dann zum Ufer. Hier drüben, zur Linken, ist bei mir noch nichts aufgedeckt. Oh, und Nacht. Ernsthaft? Hier. Nimm doch einfach die. Was? Ähm, ja, dieses komische Lampending, was ich habe. Ach, die habe ich zu Hause in der Kiste. Nur so. Stimmt. Hätte ich auch mitnehmen können. Okay, hier ist tatsächlich nix. Nach da ist noch unerkundet und nach da ist noch unerkundet. Geht es hier nicht weiter? Oder warum? Da unten kommt ein Ozean. Da bin ich ja angekommen, als ich das Yagrut-Dings gesucht habe. Hm? Ja, die spawnen hier auch. Und du wirst später auch verstehen, warum. Ja, weil der letzte Boss ein riesen Skelett ist. Was? Lass dich überraschen. Also, Skelett, ja. Ja. Ey, das ist so scheiße, wenn man nix sieht. Oh, was machen wir jetzt? Ich will jetzt was. Ich will jetzt was. Ich will jetzt auf jeden Fall, wo noch eins ist. Und da Darko nix zu tun hat, würde er mir bestimmt hinterher rennen. Und da? Ja. Du, du, du. So, einfach immer straight nach unten rennen, Darko, da kommen wir auf jeden Fall nochmal Oh, es ist wieder hell Ein Wohltat für die Augen Hä? Dahin will ich Ein Ping? Ja, kannst du mit Maushalt auf der Map machen Damit alle wissen, wo es hingeht Oh, da ist irgendwas gestorben Okay Der Ping ist nicht mehr da, der verschwindet in einer halben Zeit Ist auch gut Wenn du W gedrückt hältst, kannst du auch wenn du die Map aufmachst weiter rennen Das ist praktisch Was? 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 Was war das? Ich hab den Pfeil nur so ganz wenig fliegen sehen und dann zu Boden fallen Ich hab mich verklickt Das sah aber richtig geil gerade aus Ich renne am Fall vorbei und der fällt so eiskalt zu Boden Wie bei Minecraft mit Slack, wisst du? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin mal gleich da Oh ne, das ist ein Schamane So, der Schockerwee muss jetzt sein. Hinter dir ist ein Skelett. Ja. Boah, die machen so gut wie gar kein Damage mehr bei mir. Ähm. Du bist aufs Skelett fixiert. Oh so. Sicher? Ja. Denn das folgt uns. Nö, ich seh's nicht mehr. Das geht runter. Zum Wasser. So, hier unten weiß ich, war auf jeden Fall noch was. Hier habe ich nämlich alles aufgedeckt, den kleinen Schniebel. Warum ist hier immer noch der Ekel? Weil's Nacht ist. Irgendwo hier unten steht auch ne Werkbank von mir. Mal. Not so. Was ist hier? Oh my. Hö. 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 Ja, ähm, ich bring Freude mit Darko. Vor allem da ist auch noch ein großer Ball. Das sind insgesamt zwei große. Oh. So, die sind erledigt. Oh fuck. Au, 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 au. So, ist er noch der Große? Ja, ich hab hier noch einen Kleinen. Au. Der hat sowas gedroppt. Ich hab's. Nice. Ähm. Brauch ich nicht, brauch ich nicht hier. Jetzt hab ich eine Kobalt-Torte. Ja, genau, das brauchen wir. Ich würde jetzt trotzdem gerne wussten, dass Torte noch mal hinrennen. Dass wenn du nicht einfach wieder rein rennst. Du, ich wusste ja nicht, dass das hinter diesem kleinen Hügel war. Ich hab, ich weiß nur, dass Torte ihn zwar. Aber nicht, dass das eben schon so nah dann war. Hinter dir. Ja, ich hab immer noch Knochenwandsfähigkeit. Die machen kaum Damage. Getroffen. Hinter dir. Oh Gott. Da ist noch ein Mini-Kobalt. Alter, willst du mich verarschen? Das ist ja kaum Damage, was du machst hier bei mir. Da ist der Dritte. Ja, lass dich von dem mal hitten, wenn Knochenwands noch aktiv ist. Ich weiß, das hab ich schon lange mitbekommen. Und dadurch, dass wir, also ich hab ja noch diesen Meng-Yang-Gang-Ring. Ich auch. Machen wir ja auch automatisch gerne noch mal mehr Damage. Wow. Oh ne, hier ist wieder einer mit Stern. Der down ist. Und da steht auch noch mal so ein Totem. Das ist ein riesen Dorf hier. Es geht. Noch gehts. Völlig verscheid, wenn wir auf die scheiß Schamane losgehen. Ich schlenke ab, du klopfst drauf. Ich treffe nicht. Oh, 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 Dago, viel Spaß. Das heißt, Dago, viel Spaß gleich. Ich hab keine Ausdauer gelegen, kein gar nichts. Hör auf mir hinterher zu rennen! Mein, warum sind diese fetten Viecher so auf Speed? Weil die auf alle Viere rennen. Für mein guten Knockback. Ich hab einfach keine Ausdauer. Oh, wo kommt der grüne Zwerg her? So. Achtung, da kommt noch was. Ja. Ja. Äh, hier. Schwarzmetall brauche ich nicht. Münzen nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Holz brauche ich auch nicht. Tschüss. Ich hab 19 Schwarzmetall mit. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal benötigen. 66 Nadeln habe ich dafür dabei. So. Dann rennen wir zurück. Wir rüsten uns richtig aus. Reparieren nochmal alles. Und dann würde ich sagen... Ja, gut, oder? Ja. Gut. Dann müde ich mich kurz. Äh, beende die Folge. Und... Ja. Wir werden aufs Screen zurückgrinnen, wenn ich mal denke. Ja. Das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn's dann heißt, Jagdloot, der Bossgegner. Und... Ja. Bis dahin bleibt entspannt. Bis zum nächsten Tag. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.